Ja, es geht natürlich immer über Erfolgserlebnisse und letztendlich ist Motivation, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte dazu. Stellt euch mal vor, eure Kinder sitzen im Zimmer und die lernen und da kommt die gute Fee rein. Und die gute Fee sagt zu deinem Kind, Kind, ich bin die gute Fee und ich erfülle jetzt einen Wunsch. Und je nachdem, wie pubertierend dein Kind ist, wird es sagen, okay, ich kenne die Geschichte, ich habe mir drei Wünschen, aber gut, ich nehme auch den einen Wunsch. Und dann sagt die gute Fee zu dem Kind, okay, ich erfülle jetzt einen Wunsch. Und zwar, der Wunsch bezieht sich auf Schule. Ich erfülle jetzt den Wunsch, dass du ab jetzt immer gut bist in der Schule, dir macht es richtig Spaß, du hast gute Noten. Oder ich erfülle jetzt den Wunsch, dass du ab jetzt immer schlecht bist in der Schule, also immer schlechte Noten nach Hause bringst. Und was wird jedes Kind in diesem Moment sagen, super Fee, wenn du mich so fragst, dann nehme ich doch die guten Noten. Das heißt, also das Bewusstsein dafür, dass es der Strebenswert ist, gut in der Schule zu sein, also dass die Motivation da ist, ist bei jedem Kind da. Die Kinder sind motiviert. Das, was den meisten Kindern fehlt, ist die sogenannte Volition, das ist die Umsetzungskompetenz. Das heißt, sie wissen nicht, wie ich von dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, mein Ziel erreiche, eine motivierte, schöne, glückliche Schulzeit zu haben. Und das geht über Lerntechnik. Ja, ich spreche da mal von den Masterfähigkeiten, die ich beim Lernen einsetzen muss. Also immer, wenn man von gehirngerechtem Lernen etwas hört, ist das damit gemeint. Das heißt, den Lernstoff strukturieren, sich visualisieren, also zu veranschaulichen. Ja, unser Gehirn denkt nicht in Schwarz-Weiß-Texten, sondern in bunten Bildern und Farben. Das heißt, deswegen ist es wichtig, sich den Lernstoff zu visualisieren. Den Lernstoff zu reduzieren, ist ganz wichtig. Damit meine ich nicht, dass man die Hälfte weglässt, sondern, dass man einfach lernt, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Spannung erzeugen, das heißt, ich muss einen emotionalen Zugang zum Lernstoff haben und Lernstoff miteinander zu verknüpfen. Das sind die Masterfähigkeiten. Und wenn ich die beim Lernen einhalte, dann ist das gehirngerechtes Lernen und dann wird mir Lernen gelingen. Ja, bekannt sind ja solche Lerntypen begriffen, wie auditiver Lerntyp, visueller Lerntyp usw. Das ist aber längst überholt, denn diese Lerntypologie orientiert sich nur an der Wahrnehmung. Und da geht es darum, natürlich kann ich über das Sehen, über das viel mehr wahrnehmen als über das Hören, aber wir müssen sowieso mit allen Sinnen lernen. Deswegen ist es viel spannender zu schauen, wie verhalte ich mich beim Lernen und daraus eine Lerntypologie vorzunehmen. Und tatsächlich so, jedes Kind lernt anders. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse, aber es gibt für jedes Bedürfnis, für jeden Lerntyp die passenden Strategien, also auch Hoffnung. Also dafür gibt es natürlich auch so Tests, die kann man im Internet immer googeln, so Lerntypen-Tests. Aber ich denke, die Kinder spüren das immer sehr schnell, welcher Lernkanal für sie der beste ist, ob sie tatsächlich eher sich dabei bewegen müssen, ob sie was praktisch ausprobieren. Und daran merke ich sehr schnell, über welchen Zugang, über welchen Kanal ich tatsächlich den Lernstab am besten aufnehmen kann. Und da kann ich dann meine Lernplanung auch diesbezüglich hin ausrichten. Ja, im Prinzip ist Last Minute Lernen ja gar nicht so verkehrt. Dann wird zumindest alles in einer Minute fertig. Insofern ist auch das natürlich immer abhängig vom Lerntyp. Einige brauchen diesen Druck zum Schluss und die kommen auch ganz gut damit klar. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn wir über die Situation sprechen, dass am nächsten Tag eine Klassenarbeit ansteht, durchaus einfach nochmal sich am Abend vorm Schlafengehen nochmal die Sachen anzuschauen, mit diesen Gedanken einzuschlafen. Also ablenkungsfrei wird dann der Lernstab nochmal verarbeitet, sodass dann das möglich ist, was oftmals ein bisschen fälschlicherweise propagiert wird, Lernen im Schlaf, dass das geht. Das hat was tatsächlich damit zu tun, dass ich vorm Schlafengehen mir nochmal bestimmte Dinge anschaue, damit sie verarbeitet werden können. Ja, wie viel ein Kind tatsächlich lernen muss, lernen darf, lernen soll, ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Was mir viel wichtiger ist in meiner Arbeit, ist den Kindern zu sagen, wie lange sie sich zum Beispiel konzentrieren können, wann sie Pausen einlegen müssen. Und da gibt es eine Faustformel, an der sich alle orientieren können und die sagt, Alter mal zwei Minuten ist die Konzentrationsspannung. Das heißt, ein achtjähriges Kind kann sich maximal 16 Minuten am Stück konzentrieren, dann brauchst du Pause. Ein zwölfjähriges Kind maximal 24 Minuten am Stück. Man darf sich nicht zu früh freuen, also das kann man nicht ewig nach oben weiter ausführen. Also ein 60-jähriger Mensch kann sich jetzt nicht 120 Minuten am Stück konzentrieren, das nicht. Irgendwann nimmt die Konzentrationsfähigkeit auch wieder ab. Aber das ist für die grundsätzliche Lernplanung erstmal ganz wichtig. Das bedeutet nämlich auch, dass kein Kind sich, und da sind wir bei Zeiten dann, kein Kind sich über einen Zeitraum von 45 Minuten am Stück konzentrieren kann. Funktioniert nicht. Und nimmt ein Kind dann nicht ganz bewusst eine Mini-Pause von zwei, drei Minuten, dann nimmt sich das Gehirn diese Pause sowieso, weil es gar nicht anders kann, dann aber eben vom Kind unbemerkt. Und genau in diesen Phasen passieren dann die Fehler, die so ärgerlich sind, nämlich die Flüchtigkeitsfehler. Ja, häufig begeht mir das in meiner Arbeit natürlich im Fach Mathe. Mathe ist entweder das Lieblingsfach oder das Hassfach. Hängt von vielen Faktoren ab, manchmal auch von der Lehrkraft, wie sie es schafft, Mathematik spannend, interessant zu gestalten. Und oftmals, also die Mathelehrer sind ja ganz tolle Menschen, die können ganz viel ganz toll. Was ihnen aber oftmals fehlt, ist sich in Kinder hineinzudenken, bei denen 2 plus 2 nicht automatisch 4 ist. Ja, das heißt deswegen prallen da oftmals so Welten aufeinander, weil Mathelehrkräfte oftmals sehr logisch abstrakt an Mathe rangehen. Das war grundsätzlich. Und ja, ich finde diesen Fokus auf bestimmte Fächer gar nicht so relevant. Ich finde es zum Beispiel auch absurd, dass jedes Jahr Milliarden im Nachhilfebereich ausgegeben werden dafür, dass ein Kind in Mathe von 5 auf 4 Minus kommt, damit es einen Schnitt erreicht. Ja, dieser Schnitt sagt ja nichts über unsere Kinder aus. Ich finde es wichtiger, zu schauen, okay, in welchem Fach oder bei welcher Herausforderung ist mein Kind richtig gut? Ja, was macht mein Kind gerne? Wo sind seine Stärken? Und in diesen Bereich zu investieren und das Kind dazu fördern, macht aus meiner Sicht sehr viel mehr Sinn, als das Kind in allen Bereichen irgendwie gut werden zu lassen. Ja, und wenn ein Kind zehn Jahre lang mit Mathe struggelt und Schwierigkeiten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sich nach der Schulzeit für einen mathematischen Beruf entscheidet auch sehr, sehr gering. Insofern geht es darum, durchzukommen, aber man muss nicht überall Spitzennoten haben. Nachhilfe sorgt oftmals eben auch eher so für ein Alibi für die Kinder, nämlich sich mithilfe von anderen von Klassenarbeit zu Klassenarbeit zu hangen, anstatt einmal die Selbstständigkeit zu lernen. Darum geht es um die Selbstständigkeit. Und daraus resultiert dann auch eine Selbstwirksamkeit, dass die Kinder merken, alles, was ich brauche, um eine Veränderung zu erzielen, in meiner Haltung, in meiner Stimmung und meinen Resultaten habe ich in mir. Und das geht natürlich eher um über Lerncoaching, Lernstrategien entwickeln, als über pure Nachhilfe. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich abhängig von meinen Konstruktionsrhythmen. Ja, also nochmal, Pausen zu machen, Mini-Pausen zu machen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, gerade auch im Hinblick auf Social Media und Handy und Co. Das ist natürlich ein großes Ablenkungspotenzial. Ein Handy hat auf dem Schreibtisch nichts zu suchen. Es sei denn, es muss für schulische Zwecke eingesetzt werden. Ansonsten selbst ein ausgeschaltetes Handy zieht Aufmerksamkeit auf sich. Weil wenn man auch schaut, okay, hat doch jemand geschrieben, ist es wirklich aus? Das heißt, Handy weg. Dann insgesamt natürlich ein aufgeräumter Schreibtisch. Wenn da Chaos herrscht, wirkt sich dieses Chaos natürlich auf mein Arbeiten aus. Und als letzten Tipp, der ganz wichtig ist, nach dem Lernen, ja, und das Lernen endet nicht in dem Moment, in dem das Buch zugeklappt wird, nach dem Lernen 20 Minuten kein Handy und Co., kein Fernsehen. Denn der Lernstoff wird dann in einem biochemischen Prozess umgewandelt und dafür vorbereitet, im Langzeitgedächtnis abgelegt zu werden. Und der Prozess der Lernstoffumwandlung dauert eben circa 20 Minuten. Und ich höre das ganz oft, dass den Kindern sozusagen als Belohnung für gemachte Hausaufgaben oder fürs Lernen versprochen wird, danach darfst du dann Fernsehen schauen. Oder danach darfst du Playstation zocken. Und davon ist insofern abzuraten, weil die Emotionalität der Bilder und diese Reizüberflüttung, die oftmals vom Fernsehen, noch gerade von Handys, von Playstation und Co. ausgehen, das ist emotional eigentlich immer stärker, als das, was ich gerade eben gelernt habe. Das heißt, da wird dann dieser Prozess der Lernstoffumwandlung überlagert und gestört. Und deswegen kann sich der eben gelernte Lernstoff nicht optimal verarbeiten, abspeichern lassen. Im schlimmsten Fall war die vorherige Lernzeit sogar völlig umsonst. Also lieber nach dem Lernen 20 Minuten Pause machen, entspannen, Sport treiben, chillen, ein Buch lesen, ein Hörbuch hören, aber die Kinder nicht sofort von dem Bildschirm lassen. Also grundsätzlich sind Hausaufgaben dafür da, dass Kinder in der Lage sind, das Gelernte selbstständig zu wiederholen, zu üben. Insofern sollten Eltern sich eigentlich da raushalten. Deswegen sind im Übrigen auch Hausaufgaben insgesamt sehr umstritten, weil es natürlich dann eben Familien gibt und Kinder gibt, bei denen die Eltern die Zeit haben, sich zu kümmern, auch das Wissen haben, zu kümmern und es eben andere Familien nicht haben. Das heißt, das sorgt auch letztendlich für Bildungsungerechtigkeit, also Hausaufgaben an sich. Wenn es darum geht, dass wir immer bei den Kindern sitzen, bei den Hausaufgaben und wir das Gefühl haben, eigentlich kannst du das auch alleine, müssen wir natürlich erst mal genau schauen. Oftmals ist es nämlich so, dass die Kinder oftmals nur unsere Aufmerksamkeit und Nähe suchen. Die brauchen gar keine fachliche Hilfe. Und da ist natürlich dann ganz wichtig, dass man sagt, okay, wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, dann verbringen wir Zeit miteinander. Und wenn wir das Gefühl haben, die Kinder brauchen aber unsere Nähe, dass wir dann so langsam unsere Entwöhnung vornehmen, dass wir vielleicht in der ersten Woche noch dabei sitzen, in der zweiten Woche sitzen vielleicht am gleichen Tisch, aber machen schon unsere eigenen Aufgaben, also beschäftigen uns mit eigenen Dingen. In der nächsten Woche sind wir im anderen Raum, die Tür steht noch offen, sodass wir immer noch ansprechbar sind für die Kinder. Und dann in Woche vier wird dann die Tür zugemacht, sodass die Kinder langsam auch so ein Abnabelungsprozess auch im Hausaufgabenbereich hinter sich bringen. Also natürlich machen wir uns nichts vor, Noten sind immer noch in bestimmten Bereichen eine Eintrittskarte, dann eine bestimmte berufliche Laufbahn. Aber eine Fünf in Mathe ist es kein Stoppstück für ein glückliches Leben. Ja, umgekehrt ist ein super Abitur, ein super Abschluss auch immer noch nicht die Eintrittskarte dann für die berufliche Laufbahn. Da ist sehr viel mehr nötig. Ja, deswegen das Gefährlichste, was Kindern in der Schule passieren kann, ist nicht, dass sie jetzt mal Mathe oder Deutsch, mal vor allen Dingen nicht in der fünften, sechsten, siebten Klasse, das interessiert später keinen mehr, dass sie da in dieser Phase eine Fünf in Mathe nach Hause bringen oder in Deutsch oder sie langsamer sind. Nein, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass man die Freude am Lernen verliert. Denn wenn ich die Freude am Lernen verliere und mir herausfordernd nicht zutraue, dann werde ich mir nach meiner Schulzeit einen Weg aussuchen, auf dem ich weniger lernen muss, auf dem ich weniger herausgefordert bin. Das heißt, ich bleibe unter meinem Potenzial und das macht auf Dauer unglücklich. Und das ist auch das, was wir als Eltern dann verhindern wollen. Hinter unserem Wunsch nach guten Noten verbirgt sich doch der Wunsch, dass unseren Kindern alle Türen offen stehen, dass sie alle Chancen haben. Und dahinter verbirgt sich der Wunsch, dass unsere Kinder ein glückliches Leben führen dürfen. Und wenn das immer einen hundertprozentigen Zusammenhang mit Noten hätte, mit Spitzennoten hätte, dann dürften in Deutschland ja nur Juristen und Mediziner ein glückliches Leben führen. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Insofern gelassen hat bei den Noten. Die Noten sind letztendlich nur eine Rückmeldung darüber, ob ich in der Lage war, den Lernstoff der letzten zwei Wochen wiederzugeben. So sieht es in der Regel aus. Dafür werde ich bewertet. Sagt aber nicht so mein Potenzial aus. Also Nachhilfe ergibt an der Stelle Sinn, wenn es mir darum geht, kurzfristig vielleicht für eine Klassenarbeit in den nächsten Wochen mal eine Lernlücke zu schließen. Dann kann Nachhilfe sinnvoll sein. Die Realität sieht aber meistens anders aus. Wenn Kinder sich einmal mit Nachhilfe beschäftigen oder einmal Nachhilfe haben, bleiben sie meistens mehrere Jahre in der Nachhilfe und bekommen damit eben nur so ein Alibi, sie mit Hilfe von anderen von Klassenarbeit zu Klassenarbeit zu hangeln. Deswegen, wenn Nachhilfe, dann sollte ich als Mama, als Papa darauf achten, dass in der Nachhilfe auch Lernstrategien vermittelt werden. Denn darum geht es letztendlich. Die meisten Probleme, die unsere Kinder in der Schule haben, liegen nicht daran begründet, dass sie nicht in der Lage wäre, Mathe zu verstehen, sondern weil sie nicht wissen, wie sie lernen.